Schön, dass du dich für diesen Kurs interessierst. Hier zeige ich dir, was dich erwartet. Dieser Kurs führt dich fachlich in die klinische Kodierung ein. Du lernst das Abrechnungssystem DRG und die Kodierung für Bereiche wie Innere Medizin, Neurologie und Chirurgie kennen. Du erwirbst zudem Kenntnisse zum pauschalisierten Entgeltsystem in der Psychiatrie und Psychosomatik, PEP. Optional kannst du Wissen in der Tumordokumentation aufbauen. Vielleicht fragst du dich gerade, wie gut sind denn meine Jobchancen nach diesem Kurs? Ich verspreche dir, hiermit wirst du punkten. Nutze deine Chance für neue berufliche Wege in einem stark wachsenden Sektor. Kodierfachkräfte sind zunehmend gefragt. Ob in öffentlichen oder privaten Krankenhäusern, Praxisgemeinschaften oder Krankenversicherungen. Deine Jobchancen sind sehr gut. Profitiere bei WBS Training von mehr als 10 Jahren Erfahrung mit Live-Online-Weiterbildungen. Wie unsere 30.000 Teilnehmenden pro Jahr in 3.000 zertifizierten Kursen, die bis zu 100% gefördert werden. Wenn du dir noch etwas unsicher bist, alle Informationen zu diesem Kurs findest du hier. Qualifiziere dich jetzt zur klinischen Kodierfachkraft inklusive PEP. Weitere Vielen Dank.